Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind das Duo Nummer 12. Ich bin Yen Zivong aus Singapur. Und ich bin Nele Kramer aus Hannover. Kennengelernt haben wir in... Uns in Hannover und zwar... 2010! Seitdem musizieren wir zusammen und wir freuen uns sehr, dieses Jahr zum zweiten Mal bei diesem Wettbewerb zu sein. Und wir freuen uns auf eine schöne Zeit in Stuttgart. So, als nächstes kommt das Duo Nummer 12. Die deutsche Metzophranistin Nele Kramer. Sie ist begleitet von der aus Singapur standenden Pianistin Yuki Wong. Und wir werden von den beiden Hörungen von Franz Schubert, Abendbilder, von Hugo Wolf, Denk es, Osele. Und dann noch einmal Enel Kitsch heute, Ich sagte nicht. Und dann noch einmal Enel Kramer. Zu die drungen Wege schauen. Zu die drungen Wege schauen. Sieh, der Rabennachtgefieder. Rauscht auf ferne Eichen nieder. Rauscht auf ferne Eichen nieder. Wie noch jeden Zauberlieder. Halte Zeit die Eichen nieder. Halte, halte Zeit die Eichen nieder. Rauscht auf ferne 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 Eichen nieder. Amen. 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 Amen.